ganz kurz ganz kurz okay das ist die corona frucht war ja genau der corona shit alter das ist jetzt so die perfekte frucht ja dann bin ja noch so ein paar ein paar grüne härchen die sind sozusagen schon ein bisschen overripe und lukas versucht die gerade aufzumachen ja und das sind die sind so ein bisschen noch so unreif aber schmecken eigentlich praktisch gleich gut ja okay die sind noch ein bisschen über ich mach mal gerade eine auf so sieht eine aus und das richtig geil das ist einfach nur wie purer zucker alter ich keinen geschmack als meine corona frucht ich gehe es mir das aufgefallen ist okay ein grüßchen die haben wir lieber